Und dann... 167 Meter, na Mensch. Obwohl, wir müssen noch zu Kat... Nicht runterfallen. Genau, ihren Schmuck und so weiterbringen. Oh Gott. Nicht runterfallen. Wo war die denn? Die war da ein ganzes Stück weit weg, ne? Aufträge hier. Uff, also fällt es sogar nicht weg. Wie schön, die Sonne. Hallo, Wildschwein. Oh, der Himmel. Sieht ja schön aus. Aber dich. Frischer geht's nicht. Da ist Grata. Allein mit der Urmutter. Freu dich, Grata. Wieder einmal beschert die Urmutter dir Kaninchen. Deine Gebetsperlen habe ich auch, nur verliere sie nicht wieder. Urmutter. Urmutter. Jeden Morgen sehe ich deine Tränen der Freude auf den Blättern. Freude über die Schönheit deiner Schöpfung. Sieh, ich weine mit dir. Aus Dankbarkeit. Für sie weinst du, aber mit mir sprichst du nicht? Ist in Ordnung. Du bist die bessere Ausgestoßene. Grata, ich werde eine Weile nicht hier sein. Ich gehe zur Probung und danach wird sich einiges ändern. Urmutter, ich danke dir für die Güte, die du erweist. Wenn dir Probung kommt, mögest du in deiner großen Weisheit deinem großherzigen Krieger gnädig sein. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Lieb wohl, Grata. Vorerst. Urmutter, höre mich, die ich die Jahre meiner Hingabe an diesen Perlen abzähle. Haben wir gerade das Fleisch behalten, was wir für sie extra gesammelt haben? Das sah irgendwie gerade so aus. Hey, Stufe 6 erreicht. Nice. So, haben wir da einen Punkt. Und dann haben wir da einen Punkt. Was nehmen wir denn da? Richtig zusätzlich natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Das klingt ganz gut. Schnellster Weg nach unten. Oh, wie schön die Berge aussehen. Oh mein Gott. Das ist ja toll. Oh, ich wünsche, wir wären noch ein bisschen weiter oben. Können wir den Sonnenuntergang richtig angucken. Oder wir gucken ans blaue Licht von den Viechern hier. Die wieder mal da sind. Vielleicht können wir auch einfach vorbei. Ah, mal gucken. Zack. Licht aus. Ah, dreh dich doch nicht um. Ach. Dreht der seinen Kopf weg? Junge, ich bin hier. Rotes Licht. Ja, ach komm. Geht doch. Mein Modifikationsbeutel ist voll. Wie kann das denn sein? Ah. Oh, der Himmel. Sieht ja hübsch aus. Okay, die Wolken sind irgendwie ein bisschen weird. Äh, Inventar. Ach, hier ist das was. Ähm, Modifikationen. Verhandeln wir mal Fertigkeiten. Ich meine, hier haben wir schon mal einen neuen Abriss. Können wir auch entfernen. Guck mal, wir warten mitnehmen. Wie konnte ich denn nochmal die Kapazität erhöhen sollen, ne? Herstellen. Herstellen war das, glaube ich. Tragekapazität. Machen wir das hier erstmal. Modifikation. Zack. Jägerbogen, Köcher. Wäre, glaube ich, auch ganz gut. Haben wir zehn mehr. Brauchen die, die brauchen auch Schweinsknochen, okay. So, die Tiere leider alle jagen, fallen, Waffen. Was ist ein Waffenbeutel? Waffenbeutel Upgrade. Aber brauchen wir erstmal noch nicht unbedingt. Okay. Passt erstmal. Wir bleiben leider nicht alleine hier. Der war gut. Oh, das andere Pferd hat er gar nicht mitbekommen. Oh nein. Hallo Pferd. Nein. Guckt eigentlich, das Ding da oben an deinem Rücken treffen. Naja, da leben so. So, einmal speichern. Okay, guck mal, wenn ich weiter war. Ist er vielleicht doch rechts rum. Wollte ihm eigentlich... Oh, kann man sogar oben bleiben? Hm, kann man zumindest von oben angreifen. Oh Gott, das war klapp. Oh. Na toll. Ich wollte nicht runterfallen, Mann. Halt, steh. So. Oh, oh, ich hab keinen mehr in die Zunge. So. Ah. So, haben wir den. Schade. Ich hab uns auch noch gesehen. So weit kannst du zum Glück nicht springen, Mann. Ah. Hä? Hast mich auch so in den Augen verloren. So, nehmen wir mit. Ah, shit. Ah, shit. Hat mich schon wieder irgendwer gesehen? Plötzlich nur Läufer. Oh, ich höre schon, hier ist schon wieder irgendwelche Viecher. Oh, bin wir da. Nach drei Jahren. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Es ist schon dunkel. Ich werde dich nicht meiden. Was für eine Lektion ist das? Also, Rust. Ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich will... Ich mach das nicht. Ich tue nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy. Das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß. Und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy. Ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das. Also, wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Was, äh... Oh je, ich habe der kauzigen Grater geholfen. Ich habe Grater Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt. Natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Natürlich. Das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer. Was dich nur einsam macht. Ah, ich habe eine Stolperfalle. Ich war übrigens bei Karst und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Okay, ich glaube, ich ruhe mich aus. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Okay, haben wir uns aber schnell hingelegt. Okay, ruhe dich am Lagerfeuer aus. Aber speichern. Okay. Okay, ich ruhe dich am Lagerfeuer. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbande waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Sie haben sie nicht gelootet? Seit sie vor zehn Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht so was? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Ja, fantastisch. Ja, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann hier. Mutterberg. Kommt aber ganz schön ordentlich hier. So, wer ist denn da? Bist du alleine? Scheint so. Ah, shit, das war glaube ich nicht nah genug. Warum geht er denn nicht beim Stein gucken? Ich wollte ihn herlocken. Oh, gut. Ich gucke den auch, wenn er sich umdreht. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammesträger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Hm. Eine Holzhütte. Zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Wie besiegt man ihn? Wie besiegt man ihn? Was auch passiert, ich greife nicht ein. Er hat gar keinen Bock drauf. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Ah, wenn er eine Stolperfalle... Oh. Mal schauen. Wo geht der Gute denn lang? Okay. Oh, der sieht mich hier nicht. Okay, der hat da in der Mitte irgendwie was drüber raufschießen können. Ein paar Stolperfalle. Eigentlich dazwischen der Hütte, wo er jetzt gerade durchstreift. Bestimmt ein guter Punkt. Ich bin hier hoch. Oh, die geht ein bisschen durch den Boden. Ich hoffe, da zählt trotzdem. Geh doch mal hier hoch auf den Berg, Mann. Hey, Loi. Hoch mit dir. Nein, das geht nicht. So, hier könnte man nur eine setzen. Die sieht gut aus. So, da wird er gleich reingefallen. Na, komm schon. Lauf rein. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Man trifft den da unten gar nicht. Ich gehe erst mal aus dem Weg. Naja. Wahrscheinlich eine gute Idee. Hat der auch so einen Scan-Modus wie die anderen. Da reist er auf jeden Fall ganz bergab. Cool. Kümmert euch wieder um euren Kram. Echt mal. Geh weiter. Da hinten wartet der nächste Stolperdraht. Ich glaube, wir brauchen nur einen dritten. Ja, die haben ja schon wieder einen Ready-Machen. Wenn man auch noch mal weiterlaufen würde. Keine Munition mehr. Oh. Hat er mich denn bitte entdeckt? Oh. Yay, wir haben ihn. Nice. Wie schön er hier auf dem Berg schielt. So, wir müssen mit. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt? Wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung. Aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagst es, ich brauch sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folg mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Okay. Ich verstehe die Lektion. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Wir sehen uns im Mutterherz. Warte, ich komme mit. Sie können eigentlich direkt auch schon mitgehen. Aber eine Mission hatten wir jetzt eigentlich nicht mehr übrig. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh. Und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Na gut. Dann sehen wir uns im Mutterherz. Werden wir. Na gut. Dann speichere ich mal. Können wir da eigentlich auch hinreisen? Geht das mittlerweile eigentlich? Nee, ne? Nur speichern. Ich glaube, sonst haben wir gerade erstmal nichts weiter zu tun. Außer hier liegt wieder irgendeiner mit einem gebrochenen Fuß am Wegesrand. Und sucht irgendwen. Na, ihr Pferdchens. Vielleicht kriegt den da an der Seite. Ist er tot? Ja. Nice. Hat keiner mitgekriegt. Oh oh. Wer hat mich vielleicht mitgekriegt? Schill mal da hinten. Schönen Arschrin. Da kommt direkt der nächste angestopft. Hier steht aber auch echt günstig gerade. Muss ich mich gleich nicht sehen. Oder hören. Zack. Ah, easy. Nehmen wir mit. Und so. Das sind gleich Level 7. Für nur noch ein paar Punkte. Nur Wildschwein. Dein Fleisch brauche ich auch für Verbesserungen. Auch wenn es mir leid tut. Bleib stehen. Okay, von der Klippe springt das nicht. Gut zu wissen. Okay. Let's gehen. Da ist er, ja. Ähm... Warte, noch nicht. Ich glaube, bevor ich ins Gefecht reinrenne, werde ich vorher nochmal schnell eine Pause machen. Lass uns reden, Aloy. Ja, Moment, Aloy. Kann ich hier eigentlich speichern? Nee, das geht nur in den Lagerfeiern. Na gut. Dann mache ich mal eine ganz kurze Pause, bevor wir in die Erprobung reingehen. Ich bin mal gespannt, was wir da alles machen müssen. Wahrscheinlich auch klettern. Dinge töten. Mal schauen. Ich bin gespannt. Bis gleich. Tschüss. 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 otch